Ich würde Phoenix wünschen, dass noch mehr Menschen als bisher Phoenix sehen. Damit es Phoenix genauso wie die FDP mit mehr Zustimmung steht, die Frage nicht mehr im Raum, ob man erhalten bleibt oder nicht. Insofern haben wir etwas gemeinsam. Also gucken Sie alle bitte Phoenix und unterstützen Sie die FDP.